hallo ich ein paar pöchen hier mal wieder bei watchdogs am start mit mir natürlich dem einzigartigen train lp wir haben das letzte mal ja so schön den pizza man ja was heißt den pizza man den pizza man den pizza man gekillt und jedes mal muss ich gehen und wenn ich dieses spiel spiele ja fix auftrag noch mal den kommen habe ich jetzt bock drauf ja jetzt ist aber nur beim autofahren da ist fix auftrag ja wie gesagt wir haben das letzte mal den pizza mann gekillt und 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 das war ziemlich schusswechsel aber nun gut jetzt haben wir erstmal fix auftrag ich muss ein auto ohne bollen von a nach b bringen doch einfach jedenfalls wenn ich die hauptstraßen meide hat doch bestimmten hagen das ganze hatten hagen steckt weg einfach mal die jacken teile gesteckt ist ja nichts anderes und es ist noch ein motorrad wir schaffen sie das vater bringen sie das vater hat ort ort da läuft noch eine zeit oh mein gott oh mein gott wir nehmen einfach mal eine abkürzung und nee wir haben keine kratzer näher nö einfach wie sie alles wir sind ja eh gleich da motorrad fahren ist noch nicht meine stärke so da haben wir es doch schon ach so oh fuck nein notrufzentrale warum handelt es sich hilfe bitte hier schießt jemand hallo sie müssen in der leitung bleiben rennt doch jetzt mal ey jetzt schaffen wir das definitiv nicht mehr jetzt kannst du es knicken ich glaube jetzt haben wir uns verfahren alter was ist denn das jetzt für ein motor ein motor sound der ist ja ganz stumpf der ist ja auf einmal so ganz leise klingt ja wie ein motorrad das war ja echt scheiße knapp komm schon naja fick dich äh da hin gut meine fresse immer diese fußgänger ja schlimm ist überhaupt man so ab geht die party und die party geht ab und ich sag ey ab in die heiße kiste ich kann wieder nicht singen eho was geht ich kann wieder nicht singen eho was geht alter das ist nicht wahr wot wot niemals 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 mach ich wieder diese mission ich meinte sie gleich na komm ey das ist jetzt echt bitter oder was ist wenn ich auf dem highway bleibe so ich muss das und so abbiegen jetzt hätte ich echt nicht bremsen müssen scheiß drauf na endlich mission beendet 4000 belohnung naja scheiß drauf 4000 sind immer noch besser fixe aufträge treffen 40 more so was wollen wir denn jetzt machen da ist ein geschäft da ist eine u-bahn wir könnten bisschen kohle ausgeben würde ich mal sagen ja bin ich dabei also ich finde ja das hacken von den passanten hat ja wie soll ich sagen nicht mehr so die überhand gewonnen also am anfang hat es schon spaß gemacht ja aber irgendwie mit der zeit ich weiß nicht also ich fahr jetzt ja nur die ganze zeit hier rum und die passanten sind eigentlich jetzt nicht mehr so interessant mal gucken ich habe da eine andere idee wir machen dann gleich was so da wollen wir mal gucken granat werfen so kann ich scharf schützen werden immer schrutt finden hammer sturmgewehr haben auf so bis dann so und wir fahren jetzt dahin sind zwar nur 1,5 kilometer die könnte ich auch locker laufen aber das wird die jahre dauern ja jahre so 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 also der mod ist schon ziemlich geil gemacht aber das problem ist wenn man beispielsweise stehen bleibt ist es schon cool aber wenn man ein stückchen fährt und wieder stehen bleibt dann hat man das hier also vom regen her ist es habt ihr das gesehen also manchmal ist er echt geil zu sehen manchmal ist er weg also ich weiß nicht vielleicht mache ich den motto wieder raus er nimmt halt auch nicht viel fps weg aber ich finde halt ich weiß nicht also der hat jetzt auch nicht so dass also beim autofahren ist es komplett weg eigentlich halt so vom effekt her ich weiß nicht dann so 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 auch denn das das hat das So, dann wollen wir mal gucken. Oh, das ist hier auch Kameras. Kameras. Was soll's? Das ist nicht mein Problem. Was soll's? Das ist nicht mein Problem. Ich will schon Geld hacken. Oh, da ist eine Kamera. Du musst dich dagegen ehren, sonst wird es nur noch schlimmer. Du bist zu ängstlich. Von wegen. Mit Beleidigungen und Vandalismus kann ich umgehen. Du wurdest nie angreiflich. Du sollst bleiben. Das ist es doch. Es wird so bleiben, wenn du es zulässt. Das wird nicht besser. Das sind keine Schläger. Ich bin erwachsen um Himmelswillen. Du behandelst mich wie ein Kind. Nur weil du dich wie eins benimmst. Ich habe sie gesehen. Zugangscode Hm, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ja, dann hätten wir den. What the fuck? Nein, die haben Verstärkung gerufen. Das ist scheiße. 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 Boah. Alter. Na, kommst du jetzt hoch oder nicht? Na? 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 und uns gehört eine komplette Stadt alleine.